Hallo und herzlich willkommen auf meinem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich kein Tutorial in dem Sinne machen, also dass ich zeige wie man etwas mit GIMP bearbeiten kann, sondern ich möchte zeigen 5 Videos, die ich schon vor längerer Zeit auf meinen Kanal hier gestellt habe und bei denen ich den Eindruck habe, einfach sie kommen zu schlecht weg und haben zu wenige Aufrufe. Das sind, finde ich, gute Tutorials geworden und mit vor allen Dingen meine Lieblingstutorials. Und da geht es auch um nahtlos miteinander verschmelzen und so weiter. Bei Akne, wie man Akne zum Beispiel entfernen kann und so weiter und dämonisches Auge und so weiter. Und ich lasse die einfach jetzt hier im Schnelldurchlauf durchlaufen, lege ein bisschen Musik drunter und wenn ihr die Beschreibung aufklappt von diesem Video hier, von diesem Tutorial, von diesem Sonntagsvideo, dann findet ihr in der Reihenfolge, wie ich die Videos hintereinander schnell ablaufen lasse, die Links zu den Tutorials. Schaut doch mal da vorbei, schaut sie euch an, schreibt mir eine Kritik oder vielleicht auch ein Lob. Und ja, für die neuen Menschen, die hier hergefunden haben, für euch ist das sicher auch interessant. Und geht doch mal auf meinem Kanal vorbei und schaut euch das an. Und ja, herzlichen Dank, einen schönen Sonntag noch und bis Mittwoch. Und ja, herzlichen Dank. So you'll be here, won't sneak around, I'll lace you up and put you on. I'm running, running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Streets, 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 streets. So I'll keep running, 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 running for you. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running for you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020